Eine Ausbildung zur Bankkauffrau oder zum Bankkaufmann? Das erwartet dich! Wenn du gern mit Menschen zusammenarbeitest und ihnen bei ihrer Zukunftsplanung hilfst, dann ist die Ausbildung zur Bankkauffrau ideal. Egal ob du am Service Point in der Filiale bist oder zusammen mit deinen Kunden im Beratungsgespräch. Im ständigen Austausch findest du heraus, was das Beste für deine Kunden ist und erklärst ihnen alles Step by Step. Mit jedem Schritt bringst du deine Kunden dabei Nähe an ihr Ziel und bist auch darüber hinaus für sie erreichbar. Aber nicht nur Kundengespräche, auch regelmäßige Teamrunden erwarten dich. Hier gibst aber nicht nur du neuen Input, sondern erfährst auch alle relevanten Infos, um dich optimal auf jede Situation im Filialalltag vorzubereiten. Und was im Team geht, geht auch allein. Denn neben dem Präsenzlernen hast du mit deinem kostenlosen iPad zum Start der Ausbildung auch die Möglichkeit, dich selbstständig digital weiterzubilden. Und? Neugierig geworden? Bewirb dich jetzt, weil's passt. Dein Profil. Unsere Story.